Ich zeige euch einmal diese Geschmackssorten von der Nicht-Light-Variante. Es gibt nämlich noch eine Light-Variante. Bei der Light-Variante habt ihr keinen zusätzlichen Zucker, nur der, der von Natur enthalten ist. Und ich schreibe euch jetzt hier einmal auf, welche Sorten es gibt für alle Leute, die zwischendurch gerne mal was Süßes trinken. Und jetzt gerade auch für die Sommerzeit finde ich es eine mega, mega tolle Idee.